Für mich war das einfach jetzt so, es hat sich der Aufwand nicht mit dem Schulischen vereinbaren lassen. Und Schule ist jetzt schon im Abiturjahr dann ziemlich wichtig gewesen. Ich habe jetzt meine Vorabriklausuren durch und dann war es schon gut wieder hier bei Preußen. Ich war eine Viertelstunde zum Training. Das ist schon von Vorteil gewesen. Und hier kann ich halt mich entfalten, kann durchspielen und kann der Mannschaft weiterhelfen. Wie siehst du vielleicht auch deine Perspektiven, mal in den Profikater reinzurutschen? Das ist alles offen. Ich hoffe natürlich, dass die oben das gut verfolgen. Herr Dotschef setzt ja auch wohl auf die Jugend. Es haben ja auch schon einige oben mittrainiert. Ich hoffe, ich habe auf mich aufmerksam gemacht und werde natürlich weiter immer in Vollgas gehen.